m hier zurückzuhören Prozent ich sag den welchen wir ein bisschen schweißer nämlich hier gehen jetzt rechts zehn der Buch doch doch die Welt solche er hoch habe ich doch gesagt er sagt hier hoch hier hoch hier hoch ist naja das ist ja schön da kommst aber auch wieder weg ja egal aber wir haben den dings versteht mein gott jetzt ja gut ich will mich schon wieder diese tomate fressen kriegt dann nicht ab jetzt hier jetzt weiter hier ist ein leben hier ist so bestimmt der richtige weg wie siehst du jetzt sind wir hier wenn ich muss dann noch mal zurück weil ich habe gesehen dass du so wenig leben hast und deshalb musstest du noch mal die tomate nehmen der richtige weg ist eigentlich ja hier lang nein da nicht doch bestimmt ein da hast du doch rücken muss immer gegen den schlägen den strom wasser stimmt das was dran also hier lang und dann hier und dann hier hinten das ist bestimmt auch falsch nö ist richtig ich versuche gerade gar nicht die richtige zu finden ich versuche alle falschen zu finden nein da oben lang ich sag dir wir mussten da oben lang da war doch nix doch da war noch nix doch siehst du da sind dagegen strom gehabt siehst du die ist auch falsch stimmte so fennl hübschen 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 ich sag dir hoch oben sind auch falsche hübschen oder geht hoch ich gehe nicht hoch hübschen du gehst nicht hoch da da müssen wir du schwimmst hier hoch hör mal ich werde hier hoch getrieben hier ist falsch hier ist auch falsch das ist richtig da ist das richtig und dann dann hier da waren wir auch gerade noch gar nicht shit noch eine sind nicht mehr viele das ist anatomisch korrekt was keine ahnung anatomisch würde ich hier nicht verwenden in dem kontext ja ich dachte hier ist falsch hier lang mit tomaten ja die ist voll falsch jawoll ja ich sag es hier oben nein doch nein doch nein ich gehe nicht nach oben ich gehe jetzt hier rechts nur mit luck ja scheiße hier ist glaube ich sogar richtig ja soll ich ja ja nach oben hier siehst du da war doch ganz klar eine strömung nach oben also ok du kommst wieder zurück der war soll ich ja äh warum was denn da ja ich mag den nicht wobei der erinnert mich an Valmeer ich mag Valmeer 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 mag ich den ja ja aber der sieht nicht aus wie Valmeer ja aber der sieht nicht aus wie Valmeer ja eher wie Valmeer ich mag Valmeer ich mag Valmeer 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 ist fett du auch was was nicht ja ja also dünn bin ich nicht gebe ich zu nein komm jetzt äh du willst dir nicht deine wahre Identität freigeben hallo ich wollte nur noch haben hier sogar auf meinem Kanal dass ich nicht dünn bin wer schreibt denn so dass das sein Kanal ich ach du bist nicht dabei ja ich war auch tot achso ich dachte weil das Spiel das so will ich bin für die Mission gestorben weißt du ah ok für das Land mhm so als kann man glaube ich da rein oder naja wir müssen noch einen machen echt ich weiß aber nicht welchen wir haben alle ah da ok ich glaub das ist cooles Level Pommeswelt du bist ne Pommeswelt Credits nein ich weiß was jetzt kommt noch mehr Welten die wir machen müssen die Chaos Emeralds ready? D I will grant you one wish Well I want you to control popstar der der Ah der ist gar nicht so einfach ok 3 2 one blast off ich war die Uhr nein nicht Du warst Nova und ich war dieser Mark Du bist so ein Versager, du bist tot Wir lesen es gerade einfach mal nicht Also ich lese ja von und optimiert es mich dann immer, wenn ich vorlese Achso, okay Jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch auf Schon wieder die Chaos Emirates Alarmanlage Ich mag keine Alarmanlagen Es geht Sie sind eigentlich ganz witzig Hier sind so Alarmen und Anlagen Oh, das war ja jetzt ein Mega-Opfer, die Welt Was passiert jetzt? Okay Das war wichtig Ja, das musst du machen, ne? Kannst du nicht mit mir? Ist ja langweilig Oh! Ne, 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 wie schieße ich? Mit B, glaube ich Ja, mit B Ich habe das immer ein bisschen anders gelegt bei mir auf dem Gamepad Das erinnert mich an den Dingens An dieses Spiel, das es meistens auf dem Handy gab, wo du dieses Luftschiff warst und musstest dann gegen diese Gegner Kennst du das? Das war auch auf den ganzen alten Nokias Ja, doch, ich glaube, das kenne ich sogar Das war auf den ganzen alten Nokias drauf Hm, das war doch Wie kann man denn hier versagen? Irgendwann ziemlich schnell Ja, woran überhaupt? Zeitlufer Woran bin ich gestorben? Du darfst nicht ran Ach, nicht gegen die Wand? Ne Ist ja doof Wer hat nicht eine Tröte als Schlafmütze? Wer hat überhaupt eine Schlafmütze? Ich Also Nein Habe ich mir gedacht Dass ich eine habe? Nein Ich kann überall auf jeder Toste schießen, ist ja crazy Oh, bestimmt Naja, mehr braucht man hier nicht Einfach geradeaus Ja, man weiß, dass man nicht gegen den Rand halte so leicht Ah Hier ist einfach geradeaus Ich mach mal die Teile kaputt Hm Wie klein Kirby ist Wo sind wir da jetzt gerade? Wer weiß Vielleicht in dem Uhrwerk Ja, möglicherweise Oh, es wird schneller Oh Gott, oh Gott Ich komme nicht mehr klar Oh, nicht schlecht Boah Boah Ach Du musst ja nichts hier Nein Boah Du resportst einfach direkt La 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 Ich mach jetzt einen auf Schwarzfahrer Na La 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 Ja genau Normalerweise müsste man die, glaube ich, vorher töten aber du kannst auch einfach durch ja sowieso unbesichtbar bist naja aber war war aber er etwa aber das ist ja so billig was bringt das jetzt das erste Mitte stehen die hälfte er wo ich liebe mich als Helfer du sagst du zweimal kaputt der Böse als überwarten ich doch der letzte ich darf nicht sterben er hat macht er nun so ein Netz kommt durch der Typ das ist nicht einfach na tatsächlich in dem Ohrwerk der sich wohl aus warum ist auf einmal ein Vogel warum bin ich auf einmal ein Vogel man weiß es nicht ich habe keine Ahnung was er gemacht hat also ich nehme an das ist ein Bug nimm da einfach Brombe tscholololol ja total ich glaube der hat sogar mehrere Formen der geht mir jetzt schon auf den Sack boah tja leider geht der nur auf dich ne ja toll aber der ist genau unter mir und der trifft mich trotzdem nicht wette scheiße wir müssen aufpassen vor allem du wow 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 du sagst ah was tut er da man kann ja ah kann ja schild den nehme ich an den nehme ich den nehme ich den nehme ich oder ich lasse ich explodiere bei ihm ok wenn das was bringt das bringt es echt nö ooooh schub du wub ich bin auch nur da ne naja ich sag es dir jetzt verlierst du ich weiß am besten stelle ich mich einfach die ganze Zeit so hier hin und du kämpfst aber ist langweilig oh ah jetzt geht er sogar auf dich klo oh oh da wieder auf mich auai hallo spinnst du scheiße gemein gemein ich hasse den es geht nicht mit bombe doch ist klar ich mach's mit scheiße jetzt bin ich vorbei jetzt kommt er gleich ja mit dem ich will bombe sein so haha der hat mir nur ein bisschen zu viel Leben ansonsten geht der ja mach ein Schild da war ja aber nix mhm hui das Schild ist hier mega unfair ja aber den hab ich gut ja ja bravo wie der einfach mal nix abgezogen kriegt was macht er jetzt oh god was war das jawoll ok ich hab ich hab doch Schaden bekommen toll wie wenig Schaden du gekriegt hast ja ich treff den jawoll man blockt das ja einfach oder ja ach ich hab ne bombe ach ich hab ne bombe geht auf dich boah jetzt werd ich gerade genau ringlingling oh vorsicht naja mein gott lass mich doch ja aber ach jetzt hab ich das mit den pflanzen erstmal verstanden die kommen da raus wo der die hin sät das zieht nicht wirklich viel ab vor allen Dingen wenn man blockt nix ist der lahm wenn man blockt naja ach 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 was mach ich denn oh gott epe geht der jetzt in seine zweite form oder was schutz ey mach ich kein was war das für ein loch keine ahnung ist er tot? ne nur kaputt naja das ist ja die uhr keine lustiger aber das ist eine ok du 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 đieg du 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 dich tu du 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 eil du 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 äl Und das hat er alles nur geträumt? Anscheinend. Versager. Ja. Jetzt pass auf, gleich komm ich. Special Guest. Nee. Doch. 100 Pro? Nee. Jetzt drei. Zwei. Aha, aha. Drei. Zwei. Ach, scheiße. Eins. Ich hasse euch. Gut, dann sag mal, wie du das Spiel fandest. Ja, an sich war das eigentlich ganz gut. Ja, doch. War lustig mit dir. Ah ja, das will ich jetzt nicht sagen, ne? Also mit mir war es lustig, das stimmt schon, aber mit dir, da will ich jetzt mich nicht rechnen. Ich verstehe schon. Ja, ja. Ja. Fällt gerade noch so auf, diese ganzen Programmierer und so, die sind alle aus wie Kirby. Ja. Na. Maler. Warum stellt man einen Maler an? Warum nicht? Hm. Ich weiß nicht. Es sind direkt drei Maler. Ja. CG, was ist denn CG? Da sieht der Typ komisch aus. Könnte er denn heißen? Ach, keine Ahnung. Gamecube? Wat? Ja, einfach nur Gamecube oder andersrum. Oder noch maler. Der Chief Designer. Yonishikawa, gibt's nicht Reiichikawa oder so auf YouTube? Keine Ahnung. Ich mein schon. Meppa. Wo macht der denn in Boxen? Das sind, das sind Dings, Ziegelsteine. Oh mein Gott. Ah, jo, jetzt erkenne ich das erstmal als ein Bauarbeiter. Hm? Tomomi. Special things. Alles nur Japaner. Ich sag dir gleich kommt Deutscher. Da. Ah ja. Yoshi, Yaki, Shinohara, Shinohara, genau. Im höchsten Sinne der deutschen Übersetzung, aber ich glaube, das hat man damals noch nicht reingetan. Hat nicht damals Übersetzung? Und das ist, es gibt glaube ich sogar eine deutsche, aber das hier ist sowieso die englische. Yoshi, mi. Wo, was? Wo, Yoshi? Yoshi, mi. Aha. Von Satoshi. Jim Wurnell. Ist halt jetzt, ja, Kayomi McDonald. Dieser Jim Wurnell hört sich irgendwie englisch an oder amerikanisch. Ja. Advisor. Scheiß. Werber oder was? Ja, anscheinend. Hatten wir nicht schon einen Projektmanager? Weiß ich nicht. Ryuki Kegura Oka. Kenn ich alle nicht. Producer. Ja klar, der sitzt in seinem Stuhl. Satori Wata, den kenn ich. Chiyomi Yamoto kenn ich auch. Ja, Miyamoto sagt einem auch schon was. Ach, kommt jetzt der Club Nintendo. Hiroshi Yamashu, äh, Yamauchi. Nee, schade. Ich kann den nicht aussprechen. Nicht der Club Nintendo. Ja. Hier waren glaube ich früher immer die Tester. Nintendo, LTD. Gleich komme ich, warte. Nee. WhatsApp. Nee. WhatsApp. Nein. Komische Musik irgendwie. Geht. Oh, there's more. Was soll denn mehr sein? Hä? Werben die für ihre neuen Spiele. Achso. Dann wird das aber heißen, there will be more. Hm. Wer weiß. Wir können ja gleich einfach mal im Menü gucken, wie viel Prozent wir haben. Ich, ich schätze auf 92. Ich weiß nicht, ob man die Trophäen unbedingt sammeln muss. Ich schätze einfach. Hm. 91. Dann sag ich 90. Na. Mensch, leg mich fest auf 87. Ja, hört das jetzt auf, oder darf ich irgendeinen Knopf drücken? Mach ich einfach mal. Nein, da ist noch mehr. Die wollen zeigen, dass das Universum unendlich ist, aber scheiße. Gut, wie kommt man jetzt? Ach, die Arena? Was? Ach ja. Richtig. Stimmt. Da muss man, glaube ich, nochmal gegen alle Bosse kämpfen. Ah, lass mal. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch nur ein Einzelspieler. Hey, brauchen wir nicht. Ne? Ja. Gut. Das Hauptspiel ist soweit durch, aber ich will jetzt trotzdem nochmal irgendwie ins Menü zurück. Zurück. Ich starte einfach nochmal eben das Spiel neu. Ah, nein, nein. Ich verdecke den, in dem Bildschirm mit meinen Händen. Aha. Was soll denn das? Warum? Reset. So. Nintendo. Kirby's Funpack. Jawoll. Was? Göttlich. Göttlich. Nein. Ich meinte Spielstand 2. Ach so. Klar. Klar. Na ja, gut. Das war's mit Kirby's Funpack. Mit mir und dem Nick. Mit wem? Dem Nick. Kennst du ihn nicht? Nee. Okay, egal. Willst du noch was sagen? Nee. Okay, ich auch nicht. Nee, tschüss oder so will ich nicht sagen. Nee, nee, okay. Ich mag mich ja eh alle nicht. Sollen wir ein offenes Ende lassen? Naja, tschüss. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Machines Chevy.